Der Schulungsanspruch für die JV, wie geht das denn? Mein Name ist Dr. Matthias Fersl, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Um den Schulungsanspruch der JV, also der Jugendlichen- und Auszubildendenvertretung, zu verstehen, muss man erstmal einen Schritt zurücktreten. Denn so richtig kann man den erst verstehen, wenn man versteht, was eine JAV ist. Die JAV hat die Aufgabe, die Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden im Betrieb wahrzunehmen. Das tut sie aber gerade nicht als eine Art Betriebsrat für die Jüngeren. Die JAV ist nämlich gerade kein eigenständiges Gremium und also kein weiteres Gremium, das da völlig unabhängig vom Betriebsrat operieren könnte. Diese Besonderheit, die macht sich gerade daran deutlich, dass die JAV im direkten Verhältnis gegenüber dem Arbeitgeber nur sehr wenige Rechte hat. Die JAV kann also beispielsweise nicht eine eigene Betriebsvereinbarung mit dem Arbeitgeber verhandeln oder gar diese durchsetzen. Vielmehr hat der Gesetzgeber der JAV zwar Rechte eingeräumt, jedoch betreffen diese das Verhältnis der JAV zum Betriebsrat. So kann ein JAV-Vertreter an jeder Betriebsratssitzung teilnehmen und so kann unter besonderen Umständen auch die gesamte JAV an Betriebsratssitzungen teilnehmen. Und dort kann dann die JAV bisweilen sogar mitstimmen, wenn Beschlüsse gefasst werden. Und es ist dann Aufgabe des Betriebsrats, die Anliegen der JAV gegenüber dem Arbeitgeber vorzutragen und gegebenenfalls durchzusetzen. Die JAV ist damit also eine Art Ohr des Betriebsrats. Und zwar in diese besondere Belegschaftsgruppe der Jugendlichen und Auszubildenden hinein. Und damit ist die JAV also eine Art Hilfskremium des Betriebsrats. Und dieser Hilfskremiumscharakter, der schlägt dann auch durch, wenn es um die Schulung eines JAV-Mitglieds geht. Denn es entscheidet darüber nicht etwa die JAV. Ein entsprechender Beschluss der JAV bringt also rein gar nichts. Keine Kostentragungspflicht des Arbeitgebers, keine Freistellung des JAV-Mitglieds für die Teilnahme an dem Seminar, keine Lohnfortzahlungspflicht. Nein, über die Schulungsteilnehmer des JAV-Lers entscheidet vielmehr der Betriebsrat. Aber, immerhin, bei der Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt darf die gesamte JAV an der Betriebsratssitzung teilnehmen. Und jedes einzelne JAV-Mitglied darf genauso abstimmen, wie die Mitglieder des Betriebsrats auch. Übrigens, es darf auch das Mitglied mit abstimmen, um dessen Schulung es gerade geht. Und wenn es vorher also geheißen hat, einen Schritt zurück, mit diesen Informationen geht es für Sie und Ihr Schulungsanliegen, wenn es um das Thema JAV geht, hoffentlich zwei Schritte vorwärts. Mein Name ist Dr. Matthias Fersl und wenn Sie wollen, dass auch Ihre Kollegen die wertvollsten Tipps zum Schulungsanspruch bekommen, dann teilen Sie doch dieses Video. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.